Hallo Leute, wiederkommt zweite Runde des Survival Games, ist jetzt egal wie lange es dauert. Hier seht ihr einmal meine Stats und wie gut ich so bin. Und dass die Stats hier Kills und Deaths das ist alles so eigentlich nicht die Wahrheit, weil man meistens von Teams erwischt wird, wie ich wahrscheinlich jetzt auch sterben werde. Ja, es werden jetzt morgen, also Friedach, Jamstag und Sonntag keine Videos kommen, weil ich auf so einer kleinen Reise bin. Mhm. Ja. Und generell ist es zur Zeit auch sehr schwer für mich hier irgendwie was zu produzieren. Ja, wir hoffen einfach mal das Beste. Los! Oh ja, oh ja. Erstmal die Axt hier alles. Ah, hier. Den kriege ich diesmal. Leck mich doch, du Eierloch. So. Mal gucken, da waren hier gerade eben noch andere. Hier direkt mal mitmischen. Warte. Oder warte. Nee, nicht. Habe ich irgendwo was? Nö. Okay, ich bin tot. Naja, auf jeden Fall wollte ich nur mal eben sagen, dass es eben sehr schwer ist für mich zur Zeit aufschuhen nehmen und ich werde auch mal alle Intros, die ich jetzt gemacht habe, mal so in einer Playlist machen. Jetzt, die werden nicht öffentlich auf meinem Kanal vorne stehen, sondern da müsst ihr einfach die Intro Playlist suchen, weil die Videos, die werde ich nicht lösen. Und dann einfach bis zum nächsten Mal.